Am 5. Februar 2010 war es soweit. Mit der Erschließung von neuen Ausstellungsräumlichkeiten, insbesondere dem Bergfried der Schattenburg, konnte der Heimatpflege- und Museumsverein Fellkirch unter Obmann Manfred Getzner viele geladene Gäste und Freunde des Vereins zur Eröffnung begrüßen. Ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen, die Sie heute in die Schatzkammer des Schattenburg-Museums gekommen sind und mit uns gemeinsam den vorläufigen Abschluss des seit der ersten Eröffnung unseres Museums im Jahre 1917 bedeutendsten Adaptierungsprojektes zu feiern. Nachdem wir aufgrund des beschränkten Platzangebotes in der Burg schon vorgestern manche interessierten Vereinsmitglieder zu einer vereinsinternen und inoffiziellen Vorbesichtigung einluden, ist also heute der große Augenblick der offiziellen Eröffnung gekommen. So begrüße ich, um bei einer lieben alten Tradition zu bleiben, zuerst den Hausherrn, unseren Herrn Bürgermeister Mag. Wilfried Berchtold mit Katrin Sabine und unseren Burgkaplan und Domfahrer Monsignorin. Bürgermeister Mag. Wilfried Berchtold betonte die gute Zusammenarbeit mit dem Heimatpflege- und Museumsverein Fellkirch und wies auf die Investitionen der beiden vergangenen Jahre von über 530.000 Euro für das Wahrzeichen der Stadt hin. In dem Sinne, herzlichen Dank an Manfred Getzner, an die Vertreter des Vereins und damit darf ich das ergänzte Schattenburg-Museum für eröffnet erklären. Von Seiten des Landes vor Adelberg überbrachte Landesrätin Angelika Kaufmann die Glückwünsche des Landeshauptmannes und der Landesregierung und gratulierte zur gelungenen räumlichen Erweiterung des Museums, mit der nun nochmals eine neue museale Dimension erschlossen werden konnte. Ich danke allen, die in irgendeiner Form daran beteiligt waren, wünsche dem Schattenburg-Museum weiterhin so viel Erfolg, noch mehr Erfolg jetzt mit den neuen erschlossenen Räumlichkeiten und Ihnen allen alles Gute. Domfahrer Monsignore Rudolf Bischof, der auch geschichtlich als Burgkaplan genannt werden kann, nahm die feierliche Segnung der neuen Räumlichkeiten vor. Im Anschluss wurden die Gäste zu einem Rundgang in die 18 Räume des Museums eingeladen. Sie erreichen das Museum Schattenburg-Fellkirch unter der Telefonnummer 0043 55 22 71 982 Per E-Mail museum.at oder unter www.fellkirch.at Dass ich jedes einzelne Gewehr Ihnen vorführe.